Mein Name ist Sophie Liesenfeld und ich habe von Maike Rodig die Instant Change Anwendung bekommen. Ich habe mich in erster Linie an Maike gewendet, um ein bisschen an meinem Selbstwertgefühl und an meinem Body Image zu arbeiten, da ich nach vielen Jahren intensiven Eiskunstlaufen und auch einer Essstörung auf dem Wege wieder Richtung meiner Balance war und auch eigentlich wieder relativ großteils im Reinen war mit mir selber, aber immer noch so dieses Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt die Balance in meinem physischen Leben und alles ist da wieder normal, aber mental, was meine eigene Sicht von meinem Körper und meine Kritik mit mir selbst anging, war ich noch nicht ganz wieder bei mir und das wollte ich halt gerne bearbeiten, da mir es auch sehr wichtig ist. Damit ich auch meine Beziehung und meine Arbeit am besten machen kann, muss ich mich ja auch mit mir selbst am besten fühlen und ich habe das gemerkt, dass ich durch jede Sitzung sich etwas ein bisschen löste und ich wieder ein bisschen mehr mit mir selbst in Kontakt war, so wie ich das auch eigentlich gewöhnt bin. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich kann wirklich wieder meine eigene Motivation nutzen und ich stehe mir selbst nicht mehr so im Weg, wie ich das gemacht habe eine Weile lang. Und ich hatte zwar die ganzen Tools, um das zu machen und ich weiß, es steckte vor mir auch in mir drin, aber ich bin sehr dankbar, dass Maike mir geholfen hat, so diese Knoten zu lockern und wirklich das loszulassen, was ich jetzt nicht mehr brauchte und damit ich jetzt mit voller Kraft voraus kann und fühle mich jetzt auch viel besser. Also vielen Dank und ich kann es nur sehr empfehlen.